Hallo, guten Tag. Ja genau, wir holen jetzt noch den Keyboard ab und dann sind wir direkt da. Halli Hallöchen und guten Tag Leute, was geht? Wir sind auf dem Weg zu Aaron, wir holen den nämlich noch ab und dann geht es direkt zur Fête de la Musique und Bühne 8 heute. Das wird ein fetter Auftritt, wir sind die letzte Band. Es wird crazy meine Leute, ich nehme euch mit, das wird ein Spaß. Jetzt zeigen wir euch ein, wo Aaron wohnt. Ah, alle kommen! Und jetzt nochmal gleich in die Ecke kommen und einmal kurz klopfen. Das machen wir jetzt so beendetyshow mäßig. Mein RTL Ja, Aaron schon wieder. Ich musste da runter und jetzt hab ich da. Mal sehen, ob er da ist. Ja bitte! Hallo! Gut, dann komm ich jetzt raus. Tritt die Halb! Das hier ist die Dicke, das hier ist noch einfach, das ist Advanced. Alter, hier ist der Klapp für dich klingeln, das ist eine Scheinplatte. Wieso kannst du nicht bei dir selbst klingeln? Um das Nachbarn so heutzutage. Ich klingelte es draußen, was für ein Schwachsinn. Noch witziger wäre es, wenn man von hier aus beim Nachbarn klingeln könnte, könnte man gleich nur von der Gegensprecheranlage fragen, ob die Salz haben oder sonst so. Die körperliche Form, äh, einige. Wettbild. Oh ja. Wir müssen jetzt mal obligatorisch an die Heizung klopfen. Das kennen wir schon. Ja, ist, ist, äh, Kristall. Los! Los! Ah, wir sind da! Ist das nicht schön? Isabel ist auch schon da. Miriam ist auch schon da. Es ist ein Spaß. Das ist der Marfen. Ich habe den Marfen schon gesehen. Wenn wir fertig sind mit diesem kurzen Anspielen, Soundtrack, kommt ihr alle mal nochmal nach vorne zu mir. Wir stellen uns in den Kreis, machen diesen Rock'n'Roll-Shout und dann geht ihr an eure Instrumente und dann geht's richtig los, damit da ein so ein Set ist. Juhu! Freunde, es ist kein Schneemel. Na, ich wollte jetzt einige Schritten fahren mit euch, aber... Action! Action! Mit Publikum! Also hier ist gerade Soundcheck auf der Bühne. Ähm, alle total busy. Alles geht gut. Ähm, es wird gedronkt, es wird geschraubt, es wird gekabelt, es wird geschnitten. Und, ähm, wir hoffen gleich nochmal zwei Sachen kurz abspielen zu können und dann geht's auch direkt los. Weil, ähm, wir haben nicht viel Zeit und wir wollen alle Songs heute spielen und das wird einfach. Wir spielen gleich nochmal kurz einen Chorus an von der Nummer und dann sage ich nochmal was. Hallo, hier ist der Kaiser von Hannover. Wir sind heute hier beim Fett de la Musik am 21.06. und ich freue mich ganz besonders, dass zum Fett de la Musik hier in Hannover auch Carlotta Truman ist und wir sehen sie gleich. Tschüss, bleibt dran! Das ist so richtig viel Spaß. Rock n' Roll! Hallo, Herren, guten Tag, Leute. Guten Abend. Wir sind Carlotta & The Truman Show. Und wir eskalieren jetzt hier ein wenig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem ersten Song. Ey, get fun! Musik Die Leute, die in Benji House Kaiser wohnen zum Beispiel Musik 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 Das war's für heute. I see you till I can't love it I wonder what you do now I wonder if you think of me at all I won't leave I need you to stand up by I have fun I'll never know right when I You did it, you went Why couldn't you stay The Clash? Wollt ihr The Clash haben? Should I stay, should I go nochmal? Aber nur wenn ihr alle mitsingt Sind ihr alle mit? Ja! 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 So you got to let me go Should I say or should I go If you don't want me, set me free Exactly who am I supposed to bring Don't you know it's closing from shit, babe So you got to let me go Should I say or should I go Hey, give it up for Johnny, set me free I got to let me go 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 Should I say or should I go Should I say or should I go now If I know there will be trouble And it's the same for me too So you got to let me know When I have to cry Should I, should I, should I go And another one Come on, come on to the Truman Show Come on, come on, come on Come on, come on Oh mein Gott, ja?